Ich war vorher noch nie im Internat, also das erste Mal weg von zu Hause. Ich hatte am Anfang natürlich super viel Angst, weil ich wegfahre. Aber als ich hergekommen bin, alle Leute sind super offen und die kommen sofort auf dich zu. Und weil ich auch in der 9. Klasse bin, das ist die erste Klasse hier, also ist jeder neu. There you go. Might need to stand up. Just we too, smiling through. Everyone sing, oh, sing that note. Oh, good. Now, low, low as if you're fogging up in your nose. Bye, bye, bye. Ja! Die Lehrer, die hier arbeiten, sind auch immer sehr hilfsbereit, wenn man etwas sucht, was man nicht finden kann. Ich nehme mal Bücher, die man jetzt einfach für die Schule lesen würde, sondern eben auch sehr viele Bücher, die man einfach privat lesen würde. Hi! Man lebt einfach immer dort, door zu door, wollte ich schon sagen, Tür an Tür. Und deswegen hat man halt seine Freunde immer ganz nahe bei sich. Wenn du deine Daten auf die Draftatung anlösst, du kannst du eine Best-Fit-Line machen. In fact, du kannst du eine Best-Fit-Line machen. Okay? All right. Go for it. Your turn. Yeah, das ist Sergio. Sergio? Einen. Sergio ist echt richtig nett. Ich lebe in Reynolds, das ist da hinten. Das ist mein Zimmer jetzt hier und hier habe ich ein Waschbecken, Spiegel, mein Schreibtisch und mein Bett. Und das ist eines der größeren Zimmer. Es gibt auch kleinere Zimmer noch in den anderen Räumen. Aber hier habe ich alles. Also hier habe ich meinen Kühlschrank auch, was sehr wichtig ist für den Sommer. Also hier habe ich meinen Kühlschrank auch, was sehr wichtig ist für den Sommer. Also hier habe ich meinen Kühlschrank auch, was sehr wichtig ist für den Sommer. Und wie gefällt es dir hier so? Mir gefällt es sehr gut. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020